es kam bei mir mal der vorschlag wir könnten ja irgendwie aus unserem kampfturm bauen so massiv 5x5 beton und 5 hoch das müsst ihr eigentlich in zwei drei tagen machbar sein dann die 125 blöcke auf zu tun das stimmt das stimme ich zu wir machen uns aber trotzdem sorgen um die stormcrasher weil die gehen halt auch durch 5x5 beton halt völlig egal die sind da total unbeeindruckt ich habe eine late noch produziert die ist in der workbench drin und die konnten wir nicht setzen weil wir ich weiß nicht irgendwo aus irgendeinem gründen war das jetzt da fehlte uns da fehlte uns die so eine dampfzuleitung oder so vielleicht ja ich überlege gerade warte warte electric works electric ich ziehe mir erst mal wieder eine hose an die ist doch elektrisch nee das muss da rein wie waren das power source power source power power ist doch echt power source mit generator jaja aber ich muss muss das ding setzen können power core meine ich den pfeifton wieso die hunde wirst du doch generator ich gucke mal drüben nach ob schießpulver fertig ist oder ob ob da noch irgendwas drüben im crafting vorgang ist hier liefen doch vorhin ganz viele npcs ach die schlafen alle richtig ein anderer hinweis kann noch viel sollten wir sollten in unserem nebenbau war ja die ganzen npcs uns immer vom dach fallen sollten wir vielleicht mal um einen block erhöhen ja oder einen zaun da oben stellen das könnte ich vielleicht gleich mal versuchen 143 gern paula sind das finde ich eine gute idee wir brauchen ein relais ein relais können wir ja so herstellen ja 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 ich bin schon am machen electrical parts was sonst der tipp kam jetzt gerade von reward vielen dank lade mit generator beziehungsweise man braucht ein relais dafür und dann kann man auch das ding setzen so nebenan schläft jesus auf dem dach das muss jesus sein er hat einen bart und er schläft im schweben ja dann grüßt den heiland von mir und dann nein aber der schwebt wirklich die npcs schämen wenn sie schlafen ja und schnarchen auch naja aber sie schweben das schnarchen irritiert mich ja nicht das mache ich ja auch glaube ich aber ich schweb nicht so häufig einen halben meter am boden so was ich bin ja schon wieder total unproduktiv hier das bobby in ruhe so dann könnte ich aber vielleicht in der zwischenzeit noch mal ein bisschen beton herstellen was macht denn hier kannst du da oben noch weiterführen ok das war jetzt unter also hier hier und hier und da auch wieder das was sie drüben gesetzt hat mit der chemie bank dann setze ich das ding oben drauf die drehbank ach so ja warte mal das wäre ganz lieb von dir ich hänge das bild weiter unten ich bekomme kommt gleich soja die leiste ist oben wenn du das meinst das metall jetzt verlängert du könntest dann perfekt da oben drauf setze ich dann die drehbahn kannst du auch durch also bis zum ende und so so ich ernte gerade den mais ab damit maisbrot hergestellt werden kann von der kirche vielen dank für den follow dankeschön willkommen im team willkommen der community sehr schön ebenfalls dankeschön aber noch ein bisschen eisen ja da haben wir noch alles klar und davon so hätte sonst nicht gepasst du kommst da oben rein setze ich gerade neu aus ja holz habe ich nicht mehr so viel ich könnte sonst ja eigentlich müsste ja drüben eine holzzahn reichen damit die npcs nicht abhauen ich würde gerne so wahnsinnig viel ressourcen investieren falls sie nicht drüber klettern die zwei hoch können die doch nicht können wir auch nicht sie könnten natürlich auf die mauer springen ich muss mal gucken wie ich den zaun da montieren kann sie könnten natürlich auf die mauer springen und von daraus weiter man muss den zaun halt so setzen dass er dann innen ist einfach idioten sicher bauen ja dann kannst du auch gut aufsetzen sonst aber moment was kostet überhaupt ein fans wird fahren fest kostet drei holz der kostet auch drei holz bei picket fans der ist ja viel hübscher warum nicht sieht das auch nicht aus passt überhaupt nicht dazu machte die horde heute wahrscheinlich reicht es von der zeit nicht weil wir haben das werden mindestens dreimal 90 minuten dann würden wir ja bis nach mitternacht irgendwie so das wird wahrscheinlich nicht passen denke ich mir mal so war wir auf 90 minuten gestellt haben damit wir hier mal zu was kommen ein rückfeld kostet zehn nur gut für ein kostet zehn wart ihr fahren säcke hier denken 90 minuten und aber die horne nicht machen das ist so da hatte ich nicht mit faulen zu tun da ist das relais jetzt gehen wir mal eins hoch nein zwei nein drei so auf der einen seite setze sich das relais das muss ich setzen aber ich hätte mal vielleicht gucken sollen wir uns richtig steht deswegen nicht gerade wieder auf was ist denn los hitze so müssen wir es doch passen das sieht besser aus und jetzt setzen wir die drehbank so die drehbank steht ich schließt sie noch an mit dem schalter ok sehr schön wir machen mit der drehbank jetzt noch mal zeige ich dir gleich wir machen uns elektro baseball schläger das freut ihn das habe ich gewusst da kann er wieder lachen so geil so ich finde das so gut ja dachte ich mir so also am besten machen wir den schalter die schneiden wirklich so laut ja so dahin und dann schließen wir an und müsste ich genau da werden wir sie verlieren habe ich das gefühl vielleicht mal nach hinten gucken ach so geht da kann ja nicht viel passieren aber das ist ja schön dass da auch noch eine mauer ist das ist gut so sehr gut dann können wir mal weitermachen ja 70 75 watt braucht die drehbank alter ja 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 das haben wir jetzt aber fast motor mit reinpacken gut dass sie noch ein paar motoren haben glaube ich ja ich muss gucken wie im moment der bedarf ist siehst du eigentlich auch wenn du wenn du auf der power 80 die drehbank jetzt anschalten also immer schon bei 155 aber es passt noch ja okay es passt noch so in der drehbank können wir herstellen baseball schläger endlich und die elektrischen baseball schläger das wird eine geile richtig geile scheiße ja und hier können wir auch die bären fallen herstellen und den elektrischen schwer holz baseball schläger in der drehbank dazwischen ein switch machen zum an und ausschalten bischibosch das ist er hier zack an aus deswegen habe ich hier direkt ein switch gemacht und schalter damit die drehbank an und ausgeschaltet werden kann findet doch nie rein haben wir eigentlich schon kupfer gefunden kupfer nein wir haben gar kein bergwerk das läuft ja bei uns doch ja wie was heißt wir wir haben bergwerk ich habe ja hinten fette große mit kommst du mal mit aber wir haben kein kupfer letzte woche zwei ja ich habe eisen besorgt ja weil wo ist das kupfer auftrag geben und dann geht das trüffel schwein los und hol dir kupfer ja dann trüffel mal hier uranium holt der idiotine verstehst du aber kein kupfer bringt er an das gibt es doch gar nicht alles gut wel kommst du da mach ich habe ich habe noch die farma station hier in der tasche ja mega die konnten wir ja nicht setzen weil die richtig ist ja uns ja verloren gegangen kommst du mal hier gucken daher da wo ich bin der da 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 so ja guck mal hier oben ist ein schalter hier oben am posten so und jetzt kannst du da oben die die drehbank anschauen reingucken und da siehst du den elektrischen baseballschläger die machen wir uns allerdings brauchen wir jetzt auch eine maschine herstellen die uns dosenfutter richtig da ist das brauchen wir für den hund dann ja es langsam ergibt alles einsehen ja elektrik bett ja dann nehme ich das doch mal wobei wir sollten erst erst vielleicht sollten wir erst ein paar baseballschläger herstellen können wir nicht werden achso ach nee 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 moment nee nee es macht keinen sinn es macht keinen sinn wenn du da jetzt wenn du dir jetzt in der werkbank den baseballschläger so weit aufwertest und den dann umwandelst dann kriegst du ja trotzdem wieder die schlechtere qualität unterstelle ich einfach mal weil der elektrik bett wird ja neu hergestellt weißt du was ich meine ich weiß du weißt ja ich weiß was du meinst was mit elektrischen speer ist der nicht auch cool er ist mega ja kupfer dafür brauchen wir beides kupfer warum sind wir da noch nicht kein kupfer ich weiß ja nicht wer bei uns das bergwerk macht aber der hätte mal kupfer nein alles gut spaß so wenn ich mache folgendes ich hole uns einen schatz haben wir noch irgendwo stahl ja hier 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 untere tonne das ist die die rohstoff tonne unter den waffen unter den waffen ich weiß was ich jetzt als eine erstes mache sonst kriegt wie kriegt das in den kommentaren wieder um die ohren was denn ich habe noch hier bestimmt irgendwo nägel das macht mich nicht selber wahnsinnig mittlerweile auch irgendwo noch ein paar mehr nägel damit mir ganz sicher dass wir irgendwo ein paar mehr nägel als nur fünf haben dann hole ich mir halt nägel die wanders 10 5 einmal mal 60 stück so ja hättest du mal kupfer ins haus gebracht so sieht das aus aber denn leere gläse haben wir nur vier ich habe nur noch fünf feile das ist gut weil dann kann ich auf crossbow balls umsteigen wow essen trinken ging ja ganz schön weg ja so ich packe das schießpulver hier mal rein wir haben auch 80 woodspikes hier drin packt da auch neben die woodspikes mal das beton rein den beton das beton achtet gar nicht auf meine das machen wir nicht die da gerade ich glaube ja dafür sind ja die spikes da das auch ein bisschen wirkung zeigen was was ist denn das was die linke waren rechts unter dem kämpfer in der kiste echt da haben wir hatten noch welche ich habe sie nicht gefunden ich habe ja eben zweimal gefragt also das heißt nicht aber wenn du jetzt gewusst hat 32 nägel und ja ich pack sie mal in die ressourcenkiste ich habe jetzt 37 ja was auch mal die ressourcenkiste ist unter den waffen da wo die ganzen rohstoffe rumdümpeln zingel ist an der ressourcenkiste würde ich würde ich ich würde es nicht anders bezeichnen ich würde es ja eine ressourcenkiste würde was anderes drin legen so richtige ressourcen weißt du reich eisen metall stein da sind kann das nur ressourcen ich verstehe ja gut so ich wollte doch ja genau ich wollte es anpflanzen ich habe oben noch mal wasser den kleintieren gegeben so pflanz magadowlan so genannten erdäppel ich mag nicht mehr was ist alles in ordnung ich möchte gar nicht drüber reden ist schon super alles und mir geht's top bombe ist es auch nicht so dass ich immer irgendwie ist in ordnung alles top okay so gut hier kommt die maus so dass müssen wir mal müssen wir mal zu rezept das machen wir zu kornmehl damit die kirche noch was zu arbeiten hat richtig da sind die gläser für drauf gegangen jetzt erinnere ich mich wir brauchen gläser also müssen wir hier gläser 70 gläser bämm verstehst du zack so wo ist ah ja mulky water okay und ich möchte jetzt haben abgekochtes wasser sagen wir mal 40 40 so jetzt müsste köcheln wieder genau dieser schaffe läuft bei uns so ich habe die kisten beschriftet du wirst auffällen dass dir die wird auffall dass der verdammt viele kramskisten habe ich muss immer umsortieren irgendwie also ich ganz ehrlich in jeder ist krams dass also das sind nicht natürlich nicht mehr so guckst dir an dass man kann es auch ressourcen nennen aber eigentlich ist es mit kramskisten okay das ist ja aber wenn ich so reingucken sehe ich sehe da noch kein konzept das ist jetzt ja nicht auch an meine eigene nase okay was was war denn abgeschlossen eben hier war ein abgeschlossenes geräusch eben nee ich habe auf das schildchen geklickt und dann ist ja noch mehr drinnen brauchen dringend jemanden hier mal aufbauen ach du schade ich will das gar nicht sehen das sind ressourcen sortiert nach dem chaos prinzip kein krams ja okay gut alles wertvolle wertvolle sachen was machst du denn wo kommt das geräusch her habe ich doch gerade erklärt habe ich vergessen okay wir brauchen noch gläser glaube ich nur nein sie sind die sind in der mache alles gut wird hergestellt wird gedingen ist geboren ist so wieder noch was zu essen 23 korn wird haben sie noch so wir haben eine 16 auger blade das natürlich quatsch wir machen ein rezept eine neue stellen wir her ich will mal ich bin mal ich weiß deswegen habe ich sprit mitgenommen natürlich welchen generator auffüllen aber es kann sein dass ich in drei sekunden vergessen habe nein da ist es eine 300er haben wir daraus gezaubert so läuft es hier baff stehste alter wie geil so dass dann das ich gehe mal los ich gehe mal eben ins zerstörte biome und werde da ernsthaft jetzt mal versuchen mal eine professionelle zu finden oder sowas ja er hat ein doofes gefühl dabei aber ja also ich heb den schatz weil ich habe vorher gemacht nein ich habe eine ogre und ich werde sie benutzen so unser npc kocht kein essen warum nicht doch kocht essen alles klar die kocht essen hier kocht wasser so muss es laufen ach nee ich werde ihn zerstörte dann ist ja auch egal dann kann ich auch ausziehen tag an tag 40 ist händler restock genau ey du händler restock wollen wir noch mal händler ich hab deinen namen vergessen ey du ey ey mitspieler seit seit wieviel folgen dann lass uns erst den lass uns erst den schatz heben der liegt nämlich in der nähe von dem händler ähm sozusagen nee so ein bisschen weiter weg ah pass auf heb du heb du den nimm das ganze geld und fahr die händler ab ich hebe den schatz und fahr sie danach ab deal ja dann nehme ich aber nur die hälfte vom geld glaube ich nein nimm alles mit ich krieg noch neues jetzt ja stimmt hast du recht ja und nehme ich nochmal dann nehme ich nochmal drei jacketts mit die repariere ich aber erst ok dann mache ich das dann gucken wir nochmal nach händlern vielleicht äh männi was soll das heißen das geht so nicht ein benzin könnte ich vielleicht glaube ich noch mitnehmen ist es meine äh ähm ich weiß es nicht ich kann mich dir gleich sagen wir haben kein kann es sein dass wir kein benzin mehr haben mhm da müsst du etwas ranchen ok dann mache ich das also dann Sekunde ich probiere mal aus welches ich ja alles klar geht da muss lang dann ranch ich mal dann ranch mal ich ranch auch mal autos die ich sehe naja ich fahr zu den händlern und wenn ich auf welchen auto rumstehe sehe dann alter schwede weißt du wen ich gefunden hab santa nein ähm hier geblieben vorlein was follow me äh ich hab unsere äh äh dings gefunden unsere unsere gärtnerin oh pass auf dann auf der straße ich bin schon auf dem weg zurück dann komm ich direkt zurück weil der händler hat eh noch zu ja ja ich bring sie zurück und dann hole ich die farming station richtig und dann versuchen wir die aufs dach zu schleusen aufs neue ne aufs alte dach ne wo was wo wie auf dem großen auf dem großen da wo die bar ist ja da soll ja unser feld drauf da hast du ja auch schon die da sind auch schon die woodframes sie kommt auch schon angelaufen alles gut guck mal in der kramskiss nachbeziehen hatte ich also eigentlich war aber aber ich ne früchte hol ich nachher so äh haben wir irgendwo geöffnet dass die irgendwie hier rein haben wir irgendwo offen ja hier ist ja unten hatten wir wo ist sie denn ja komm her mädchen so dank dank Loch rein komm rein haha sie ist drin ey die ist so hohl ja moment sekunde äh stay here so sie ist drin sie ist drin ich schließe grad ein die muss eigentlich ungefähr in der mitte ja ja passt soll ich die farmingstation oben einfach auf dem dach jetzt abstellen da wo wir gesagt haben mit dieser holz ja genau und dann kriege ich die option dass ich sie aufnehme äh wenns grün ist wenns grün ist ne das ist der block leuchtet weiß momentan der leuchtet nicht grün der block wenn ich setze wieso denn weiß ich komm rein die farmingstation der block leuchtet weiß was wird denn grün moment der block den ich setzen kann ist weiß ja dann dann setz doch mal setz doch mal einfach und guck aufs setz mal jawoll okay dann ist es bei mir grün weil ich den claim play gesetzt hat und äh wenn er nicht rot ist ist es ist es okay dann ist es setzbar so jetzt ist sie da oder ne wo soll sie sein sie ist weg sie ist doch gerade ich hab doch gehört dass du was gesetzt hast ja ach ich dachte die ach das ist sie die hat sich verwandelt und hat einen Hut auf richtig richtig ah ok ja das war so nicht zu sehen das ist okay dann ist sie guck dir mal oben an ob es richtig ist ich hab das noch nicht gesehen wie es aussieht ja ich weiß nicht wie es richtig ist ich komm hoch ich komm hoch ich gucke das nehmen wir noch in der aufnahme mit ja ja ich denke mir mal dass das so passt dann ja ja ich komme ich komme ich komme ich muss nur da ist der aufgang hoch springen deckel auf da oben ist sie doch wunderbar jawohl das ist sie ja ok und zwar nur diese npc nur diese eine truller nur die geht mit dem weißen t-shirt das aussieht als ob da so so rote pickel drauf sind auf dem weißen t-shirt das ist der einzigste npc der zum gärtner werden kann niemand sonst nur damit ihr könnt es tausendmal mit den anderen probieren wird nicht funktionieren du siehst jetzt aber kein weißes t-shirt nein 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 jetzt ist es die station so jetzt braucht die erstmal einen kühlschrank und eine truhe die braucht diese truhe genau die braucht diese truhe die wir auch gehabt haben und ich setz mal modellhaft einmal die truhe hin und modellhaft mit woodframes einmal den kühlschrank hin und dann braucht die einen neuen schalter weil wir wollen ja nicht unbedingt die gleiche stromleitung dafür nehmen was ist denn das für ein model die habe ich ja doch oder kenne ich die ich weiß es nicht ich mache mal ich mache mal den kühlschrank eben ja und auch und auch den den stromteil für den kühlschrank sonst wird es nichts ja ja genau so wollen wir uns dann aus der folge verabschieden das können wir tun aber ich hole vorher noch früchte und dann machen wir aber erst hier das essen für die frau klar bevor wir dann zu den händlern fahren ja das ist ja nicht dass die uns weg stirbt ja es dauert so was brauchen wir kühlschrank ich habe erkältung den 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 untersatz für den kühlschrank den strom ja ja habe ich habe ich habe ich beides den schalter aus den kram kisten ist noch elektro schalter ein schalter rausnehmen wir müssen eine neue stromleitung ziehen und dann musst du natürlich das ding zum stromleitung ziehen selber in die hand nehmen wir haben hier noch eine ammo workbench warum haben wir die denn noch nie aufgestimmt haben wir doch wir haben zwei achso ein schalter aus den kramskisten elektroschalter bist du sicher dass wir noch fertige schalter haben? ja jede menge das weiß ich ganz exakt ups die frage welche von diesen da ok kramskisten und ein relay haben wir hast du denn auch eine verkabelung? ja hast du ja dann passt das doch so ok dann dann verkabeln wir die frau nächste folge und wer stönt denn da so? ich bin es nicht NPC runter in die stacheln tot achso dann sage ich auch tschüss jo ok bis dann tschüss n n n n Vielen Dank.